Sie sind komplett aus der Rolle gefallen und völlig verbal im Gleis, da auch was gegenüber Frau Müller. Wenn Sie gewusst hätten oder gesehen hätten, was Katja alles zu mir gesagt hat vorab und diese ganzen Rachepläne, die in diesem Notizbuch drin standen, das ist wirklich nicht mehr normal. Frau Köder, ich habe Ihnen gerade eben auch gesagt, dass ich hier an der Schule in meiner Position vor allen Dingen eins machen muss, nämlich Entscheidungen fällen. Und ich habe die Entscheidung, wer von Ihnen beiden jetzt diese Referendariatsstelle bekommt. Ja, die, die habe ich vorgezogen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schattet einem 17.05 bei RTL 2. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und bitte aktiviert die Glocke. Danke. Tschüss.